Ich lerne einfach nicht dazu. Ich will auch irgendwie nicht dazulernen. Weil das Schlimme ist, irgendwo macht es mir auch so ein bisschen Spaß. So diese seltenen Momente, die man so hat, wie beim letzten Mal, diese eine Situation mit der Nate, wo ich sie da hier in den mittleren Punkt reingeworfen habe, unter die Kanone. Das war richtig gut. Und ich habe mir auch überlegt, es gibt so etwas, was ich noch gerne auf Video haben möchte. Das ist so der Moment, wenn die Kanone schießt. Das habe ich selber auch nicht so gesehen, aber gehört des Öfteren. Ist übrigens alles im letzten Video zu hören. Seht unbedingt mal rein. Und ja, heute nehme ich hier Anvil. Vielleicht läuft es mit ihm besser. Keine Ahnung. Ich habe mit ihm hier jetzt auch diesen schicken Schneeschakel-Skin ausgerüstet. Snow Jackal vielleicht hilft es ja. So und ich möchte unbedingt sehen, wie die Kanone schießt. Komm schon. Zeig mir, wie die schießt. Ah, genau verpasst. Verdammt. Das war ein Fehler, Junge. So, jetzt komm. Gönnen, Schuss. Gönnen, Schuss. Ich habe irgendwie Angst, dass die jetzt genau jetzt in dem Moment hier reinrushen. Ja, die kommen von links. Und ich spawne instant neu. Was ist das denn? Komm, schieß, schieß, schieß. Okay. Oh, mich auch, mich auch. Schade. Schade, schade, schade. Komm schon, heil hoch, heil hoch, heil hoch. Wie habe ich das denn überlebt? Der hat doch safe in SKL 6. Ja, genau. What the hell? Ach, komm, roll doch weg, du Trottel. Das ist, warum ist es jetzt auch schon wieder so knapp? Wie kann es so knapp sein? Ich habe 6 Kills, mein Kollege 5, die nur 5 und 3. Wie kann es jetzt schon wieder so knapp sein? Ach, wir sind hinten. Ach, komm. Kann man hier was drücken? Nee. Ich habe... Was ist... Was war das denn? Hm. So, jetzt. Einfach rein. Einfach rein. Ist schon okay. Warum tue ich mir das hier an? Warum tue ich mir das an? Ich könnte lernen, in jedem anderen Spiel gut zu werden. Aber nein, ich tue mir das hier an. Das wird wieder kommen. Ich habe so dermaßen keinen Bock. Hol mich wieder, hol mich wieder. Nein, nein. Nein, nein. Nein. Wie oft kann die ihr Schild einsetzen? Komm schon, ich warte. Ja, bringt bei Envil nichts, du Nuke. Er ist natürlich wieder direkt am Start hier. Ja. Ja. Wieso spawnen die in unserem Spawn? Gott, darum hasse ich diese verschissenen kleinen Maps. Die sind so klein und... Es gibt einen Spawn für zwei Teams. Ah. Moin. Du Lusche. Ja, was ist jetzt? Platzier das Schild! Ja. 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 Wie willst du hier hoch? Ja. What? Bullshit. 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 Ah. Oh Gott. Hä? Wie sind die da reingekommen? Oh Gott. Der hast du hier. What? Der kommt hier durch. Wie das? Ja. Und ich mache überhaupt keinen Schaden mehr auf einmal mit den Waffen. Ja. Stick. Die kommen hier rauf. Die kommen hier rauf. Von beiden Seiten. Nee. Ja. 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 Wieso habe ich sie nicht einfach gewinnen lassen? Das wäre die letzte Runde gewesen. Ich hätte es überstanden. Ich hätte es sogar gut überstanden. Aber nein. die werden jetzt auf Nahkampf Waffen gehen. Hmmm. Die werden jetzt so dermaßen hart auf Nahkampf Waffen gehen. Ja. Ja, ja. Welamed eyelashesien? Ich hätte es gut reasoning. Dann ein انanneder. Ich würde es sch�네iler vermalen. Macht die Reaktionen wieder raus. Ich kriegelefters nicht einfach genug fünf. Das waren Rafale side. Chat gut. K varsack dich Flightẳng h 함. ș陣le die Z мам doch nicht bekanntк. Hmm. Vielen Dank. Vielen Dank. Was darf nicht wahr sein? Nein. Ja, denkste. Was war das denn? Wie habe ich den Fight gewonnen? Ach, oh nee, es wird zu einer dritten Runde kommen. Das gibt's doch nicht. Ja, ich weiß, dass ich rock, wenn wir spätestens... Am Ende im MVP-Screen wiedersehen. Alter, 2000 Schaden mehr als die Gegner und trotzdem nur so knapp gewonnen. Kann man mit Nahkampfwaffen wieder durch Sigrid's Schild durchschlagen? Ist das wieder so? Ist das wieder ne Sache? Zieh doch das Schild, du! Wahnsinniger. Alter. Hey, die hat ja das Schild doch gerade erst schon heraußen. Warum kann sie sich jetzt nochmal einsetzen? Ja! 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 Ich bin der Musik! I need a hand! Pain. Pain. Pain, 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 pain. Pain, pain, pain. Pain. . Objektive acquired. Defendant. Shielding here. Ich habe im Übrigen, kleiner Fun-Fact, ich habe jetzt schon, ähm, alle, ähm, alle Shotguns gemeistert. Womit mir jetzt nur noch die DMRs fehlen. Okay. 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 Okay.